So sieht das bei Nacht aus. Hier oben auf der Terrasse, Sie sehen die Kuppel, den Campanile, die ganzen roten Scheinwerfer, die ihr hier seht, das sind die Lampen, um die Hitze geben. Also wieder der Palazzo Vecchio. Und hier links der Turm, der gehört zum Bar Gallo. Definitiv, weil das Hotel ist wirklich zwei Meter entfernt vom Bar Gallo. Noch einmal zurück, also Palazzo Vecchio. Die Dunkelheit über Florenz. Und Santa Maria del Fiore il Durmo mit dem Campanile und rechts die Kuppel.